Was hältst du vom Trainer Gronjäger? Deine Erinnerungen? Also, was ich sagen kann, ich bin ein sehr guter Trainer, mit dem man sehr viele Erfolge feiert. Ich hoffe, dass er irgendwann nicht mehr zurückkommt und uns trainieren kann. Das wäre ja eine Idee, die Partie zusammenholen. Hätten wir einen guten Marsch. Kaufen wir uns irgendeinen Klub, irgendwann in der Unterliga, kicken wir alle zusammen. Nein, Unterliga nicht, wir müssen schon weiter um einstellen. Es ist ja egal wo, Hauptsache wir sind wieder alle zusammen. Super, danke. Bitte.